Kennst du dieses unbestimmte Gefühl, dass dieses eine Leben, was du gerade führst, nicht wirklich zu dir passt? Das ist ein quälendes, fast unangenehmes Gefühl und wenn du das hast, dann kann ich dir jetzt schon sagen, damit bist du nicht alleine und weil es so viele Menschen bewegt, habe ich heute dieses Thema für diese Podcast-Folge reserviert und damit hallo und herzlich willkommen zu Big Bang Live, deinem Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Körpersprache und Charisma und begleite seit 1999 Menschen in ihrem Prozess der Veränderung für eine richtig besondere Karriere und vor allem ein besonderes Leben, denn für nicht wenige sollten wir losgehen. Aber manchmal kommt es erstens anders und zweitens als man denkt und eine Frau, mit der ich vor sechs, sieben Jahren gearbeitet habe, die hatte mal ein sehr, sehr schönes Bild, die hat gesagt, Silke, mein Leben ist wie ein Rock, der zu eng ist. Schon morgens habe ich keine Lust, den anzuziehen, weil ich weiß, es wird zwicken und zwacken und abends werde ich ihn abwerfen mit diesem Gefühl so, endlich aus, endlich vorbei. Und ich habe so dieses Sprachbild, was sie da aufgebaut hatte, fand ich sehr besonders und sehr schön, weil es wirklich beschrieben hat, wie man sich fühlt, wenn man den ganzen Tag ein Leben führt, was nicht wirklich zu einem passt, was man abends nur ausziehen will. Man will einfach nur diesen Tag hinter sich bringen. Und wenn man so weiterschreitet in seinem Leben, dann geht es am Ende nur noch darum, sein Leben hinter sich zu bringen, um, warum? Um anfangen zu leben. Die meisten wollen ihr Leben hinter sich bringen, um dann mit 65 anfangen zu können, das Leben zu leben, was sie jetzt schon haben könnten. Und zwischen dieser Entscheidung, das Leben auszuziehen, was man gerade führt, und in ein neues reinzuschlüpfen, liegt mehr als nur ein Ja. Und jeder, der sagt, es sei ein einfacher Prozess, der schwindelt. Das ist einfach schlicht gelogen. Es ist kein einfacher Prozess. Aber es gilt auch hier, dieser ganz alte Satz, jede Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende großartig. Denn wenn du genau hinschaust, wenn du ganz genau hinschaust, hast du, wenn du wirklich ein glückliches Leben führen möchtest, gar keine andere Wahl, gar keine andere Wahl, als dir das Leben anzuziehen, was zu dir passt. Und deshalb fangen wir gleich mal mit der Frage an, welches Leben hast du dir angezogen? Und vielleicht rümpfst du jetzt ein bisschen die Nase und denkst, wie angezogen? Leben ist doch einfach da, das passiert einem. Hm, jein. Es gibt einen Teil im Leben, und der ist gar nicht so gering, den wir hundertprozentig selbst wählen und bestimmen können. Und oft, wenn wir gerade eine blöde Phase haben, vergessen wir, dass diese blöde Phase in unser Leben kam, weil wir vielleicht vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder vor Jahren eine Entscheidung getroffen haben, bei, wenn Liebesgeschichten auseinandergehen, wenn Entscheidungen anstehen oder Trennungen, da kriege ich das ganz oft mit und du vielleicht auch, dann ist immer der andere der Böse. Aber wir vergessen dabei, dass wir uns irgendwann mal für diesen einen Menschen entschieden haben. Es war unsere Entscheidung. Und das ist jetzt die Konsequenz. Und das ruft dann natürlich nach besseren Entscheidungen. Und in dieser Folge geht es darum, welche drei Möglichkeiten gibt es denn, wie du reagieren kannst, wenn du das Gefühl hast, dieses Leben passt nicht wirklich zu mir. Und ich möchte mit dir nicht nur gemeinsam über diese drei Möglichkeiten nachdenken, sondern auch, welche Konsequenzen da hinten dranhängen. So, und jetzt freue ich mich auf eine gemeinsame, schöne Zeit hier in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und es geht dir gut. Und lass uns jetzt einfach diese Zeit hier miteinander genießen. Weil das ist immer ganz wichtig, dass wir das genießen nicht auf irgendwann verschieben. So, also, wenn du es jetzt noch nicht gemütlich hast, dann mach es dir jetzt schön. Hol dir noch was zu trinken, vielleicht ein Käffchen oder im Wasser einen Tee. Such dir einen schönen Ort, wo du dich wohlfühlst. Oder wenn du gerade unterwegs bist mit dem Auto, dann setz dein schönstes Lächeln auf und genieße es jetzt einfach. So, ich trinke einen Schluck Kaffee und dann geht es los bei drei, zwei. Oh, so ein Kaffee ist doch herrlich. Und Action! Die erste Möglichkeit, wie man reagieren kann, ist ignorieren. Zu ignorieren, dass dieses Leben einfach nicht passt und zu sagen, ja, mein Gott, was passt schon im Leben? Und dann schaut man sich um und darüber wird gar nicht viel geredet und schaut, die anderen ignorieren ja auch, was sie stört. Und irgendwie gibt uns das so ein wohliges Gefühl, wenn alle anderen auch ein Stück ignorieren. Das ist sowieso die Intelligenz der Masse. Wenn es alle tun können, wenn es alle machen, kann es doch nicht falsch sein. Das ist ein ganz großer Trugschluss in unserem Leben. Das ist eine Illusion. Und die ist aber so mächtig, weil wir über die Spiegelneuronen in unserem Gehirn das Verhalten in unserem Umfeld adaptieren und imitieren. Wir machen das nach, ohne das bewusst zu merken. Das machen einfach unsere Spiegelneuronen, weil wir Menschen lernen, indem wir unser Umfeld imitieren. Das machen wir ganz unbewusst. Deshalb gibt es ja auch diesen Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Und deshalb ist die Wahl der Umgebung und der Menschen, mit denen du zusammen bist, auch so wichtig, sich das auch wirklich ganz bewusst zu machen. Und wenn du jetzt vielleicht in diesem Moment noch nicht im idealen Umfeld bist, dann einfach dir, heutzutage geht das ja ganz leicht, über das Internet, vielleicht noch eine Community zu suchen oder eine Inspiration über Podcasts, über Videos, über was auch immer, wo du dich zusätzlich am Tag nochmal mit einer anderen Person, einem anderen Spirit verbindest, damit in deinem Kopf und in deinem Erleben ja ein anderer Reichtum nochmal entstehen darf. So, und diese Möglichkeit des Ignorierens, dafür entscheiden sich die meisten Menschen. Die meisten Menschen. Und es ist weit über die Hälfte. Manche sprechen von 90 Prozent. Ich glaube, es sind eher 50 Prozent, weil es gibt noch einen zweiten Weg, für den sich viele entscheiden. Zu dem kommen wir gleich. Und das wären dann die restlichen 40 Prozent. So, was passiert beim Ignorieren? Ist das denn so schlimm? Nein, im ersten Moment nicht. Und das ist so, als würdest du ein Leben im Schaukelstuhl führen. Ein Leben im Schaukelstuhl ist ungefähr so. Du sitzt auf einer großen Veranda, stell dir vor, du sitzt auf einer großen Veranda, in einem schönen Haus, in deinem Schaukelstuhl. Und du blickst in die Ferne. Und da, wo dein Schaukelstuhl steht, kannst du sehen, dass von deiner Veranda, von deinem Haus aus, ein kleiner Pfad sich schlängelt in die Weite. Und du kannst es aber nicht sehen, wo dieser Pfad hinführt. Und dieses Haus, in dem du lebst, ist wunderschön. Das Einzige, was dort ist, ist eine Gegend mit vielen Nebel. Also sitzt du in deinem Schaukelstuhl und schaukelst. Und immer wieder ist vor dir diese Nebelwand. Du kannst so ein ganz kleines Stück sehen von diesem Pfad. Und du schaukelst und denkst dir, hm, eines Tages, wenn der Nebel sich lichtet, werde ich sehen, wo dieser Pfad hinführt. Und dann werde ich losgehen. Und du schaukelst und wartest auf diesen Tag. Und irgendwann denkst du, wenn es nur eine Stunde wäre, wäre es auch schon in Ordnung. Oder nur eine Minute. Und du wirst sehen, wie dieser Nebel sich lichtet. Und endlich würdest du wissen, wo dein Weg hinführt. Und dann würdest du aus diesem Schaukelstuhl gehen, aufstehen und losgehen, voller Freude. Aber du möchtest wissen, wo dieser Weg hinführt. Und dann kommt plötzlich dieser Moment. Und der Nebel lichtet sich. Und du siehst diesen Pfad. Und du siehst tatsächlich und spürst, wo dieser Pfad hinführt. Und dann schließt sich der Nebel wieder. Es war nur ein ganz kurzer Moment. Und du willst eigentlich losgehen. Aber jetzt überlegst du, hm, es war doch nur ein Moment. Und der Nebel kommt dir schon viel vertrauter vor, als diese ganz kurze Sequenz, wo du gesehen hast, wo dein Leben hinführen wird. Und irgendwie denkst du, ich schlafe lieber nochmal drüber. Wer weiß. Vielleicht war es doch nur so eine Einbildung. Und du sitzt in deinem Schaukelstuhl und schaukelst weiter. Und dann gehst du schlafen. Und den nächsten Morgen erscheint dir diese Minute, wo sich alles gelichtet hat, wie ein so ferner Moment, dass du dich lieber nochmal in deinen Schaukelstuhl setzt. Und dir denkst, hm, ich sichere das lieber nochmal ab. Also wenn der Nebel sich eine Stunde mal lichtet und ich klarer erkennen kann, wo mein Weg hinführt, viel klarer, dann aber packe ich meinen Rucksack und dann gehe ich wirklich los. Und so vergehen wieder Jahre und Jahre. Und du sitzt in deinem Schaukelstuhl und wartest, dass nochmal sehr klar wird, wo dein Weg hinführt. Und du bist geduldig. Du leidest etwas, weil du möchtest gerne losgehen. Aber du wartest. Denn du möchtest genau wissen, was dein für dich passender Weg ist. Und dann kommt ja endlich dieser Tag, wo sich der Nebel lichtet und du siehst, hinten geht die Sonne auf, ganz, ganz in der Ferne. Und du kannst so deutlich wie noch nie sehen, wo dein Weg hinführt. Und du siehst es in allen Einzelheiten. Und es ist dir so klar. Und du bist so aufgeregt, weil endlich weißt du, welches Leben zu dir passt. Und ganz kurz verlässt du deinen Schaukelstuhl, um zu packen für diese Reise, um endlich loszugehen für dieses Leben, was zu dir passt. Und dann fängst du an zu packen. Und du möchtest nichts vergessen für diese Reise, weil endlich weißt du, wo es hingeht. Und das muss eine perfekte Vorbereitung sein. Und du packst alles. Und es dauert Tage und Wochen. Und während du packst, kommen dir wieder diese Selbstzweifel. Es war am Ende nur eine Stunde, wo du es klar gesehen hast. Und hier, wo du packst, ist dir alles so vertraut. Hier kennst du alles. Und was, wenn dieser Weg doch nicht dahin führt, wo es dich hinführen sollte? Und was, wenn du was vergessen hast, einzupacken in deinen Rucksack für diese Reise? Und was, wenn und wenn es doch nicht und und wenn es dann schief geht und was, und du setzt dich wieder in deinen Schaukelstuhl und stellst deinen Rucksack nochmal zur Seite. Sicher ist sicher. Und dann schaukelst du weiter in deinem Schaukelstuhl und denkst nach über dein Leben. Und du kommst zu der Erkenntnis, wenn du nur einen Tag, wenn du nur einen Tag sehen könntest, wo dieser Pfad hinführt, dann wäre es für dich wirklich real. Und dann wüsstest du, dass du wirklich losgehst und dass du endlich und mit aller Kraft in dein Leben startest, in dein richtiges Leben. Leben. Aber diesen einen Tag willst du sehen und das handelst du mit dem Schicksal aus, mit dem Leben. Ich möchte diesen einen Tag haben und dann, ich schwöre, gehe ich los. Und du schaukelst weiter in deinem Schaukelstuhl. Wenn du nach links guckst, siehst du noch andere Verandas. Weißt du das so im Plural? Noch andere Menschen, die auf einem riesigen, großen Balkon sitzen und in ihrem Schaukelstuhl schaukeln. This is Audible. Und genau. Und einer davon hört vielleicht sogar Audible und hört sich da eine Geschichte an. Ein Hörbuch von der Reise ins richtige Leben. Vielleicht hat ja John Strelecki eingestellt und hört sich an das Kaffee am Ende der Welt und lässt sich da inspirieren und denkt, oh, wenn ich es im Kopf habe, wird es wohl reichen. Jedenfalls sitzt du an deinem Schaukelstuhl und du wartest auf diesen einen einzigen Tag. Und dann, du wirst es nicht glauben, kommt dieser Tag. Und der Nebel lichtet sich. Der geht weg. Für immer. Du kannst es gar nicht fassen. Der ganze Tag ist ohne Nebel und du siehst so klar wie noch nie in deinem Leben. Und zur Sicherheit bleibst du auch noch am zweiten Tag sitzen, denn du siehst es so klar. Und am dritten Tag weißt du jetzt oder nie. Und du willst aufstehen und losgehen. Jetzt gibt es kein Zögern mehr. Und als du aufstehen willst, bemerkst du, dass du nicht mehr laufen kannst. Und das ist tatsächlich die Konsequenz davon, dass man sein Leben ignoriert. Dass man das Leben, was man für sich selber gestalten könnte, einfach ignoriert. Und akzeptiert, dass man ein Leben führt, was nicht zu einem passt. Weil dieser eine Weg auf einen wartet und dieses eine Leben. Nur du kannst nicht dein ganzes Leben vorplanen. Aber du kannst diesem Gespür in dir folgen. Diesem Gefühl. Und so wird sich Schritt für Schritt zeigen, was das Leben ist, was zu dir wirklich passt. Und diesen ersten Schritt kannst du ja gehen. Auch von deiner Veranda. um mehr geht's gar nicht. Der erste Schritt ist schon mal super. Und dann kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, auf ein Leben zu reagieren, was nicht zu dir passt. Und bevor ich darauf eingehe, noch ein kleiner Disclaimer. Die Sommerakademie startet ja jetzt am Freitag, worauf ich mich wahnsinnig freue. Die Sommerakademie ist ein dreiwöchiges Programm. Da ist die Kunst, ganz du selbst zu sein, was ich zum zweiten Mal machen darf. Und wo ich ganz große Ehre habe, dass ganz viele Wiederholer dabei sind. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich da wirklich sehr geehrt, weil das einfach auch zeigt, wie intensiv die Wirkung ist von diesem Programm. Programm. Und es dient dazu, dass man zu sich selbst reist und eine große Sache für sich für immer verändert und klärt. Und dieses Programm kann man parallel zur Arbeit absolvieren, aber es ist immer Freitagabend und am Samstag ein Präsenztag für drei Wochen. Und wir beginnen jetzt am 26. Juni. Und im letzten Jahr haben wir gesehen, ein altes Ich baut kein neues Leben. Und die Sommerakademie ist dicht. Da kann sich jetzt nicht mehr eine Truppe oder eine ganze Familie oder wer auch immer anmelden. Aber ich habe gestern vom Henry gehört, dass er nicht teilnehmen kann, weil er in seiner Familie einen Krankheitsfall hat. Und das heißt, ich habe einen Platz jetzt wieder ganz spontan frei. Und den werde ich jetzt auch nicht bewerben in den sozialen Medien über Facebook oder Instagram oder was auch immer, weil ich glaube, wenn es jemanden jetzt trifft, dann ist es genau der Richtige. Dann ist es genau die oder der Richtige. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist genau das, was ich jetzt brauche, dann schau einfach nochmal bei mir auf der Website www.silkefritche.de und dann schreib mir ganz, ganz schnell eine E-Mail und dann schaue ich, dann geben wir nochmal in Kontakt, ob das für dich geeignet ist, weil für die Sommerakademie kann man sich nicht einfach anmelden, dafür bewirbt man sich und dann habe ich kurz noch ein Gespräch mit dir, damit wir einfach auch wirklich wissen, ist das deins? Das ist eine großartige Community für diese Zeit und ich freue mich so sehr, auch wenn das eine Schweinearbeit ist, eine Vorbereitung. Wenn du allerdings ein klassisches Seminar erwartest, dann wäre das auch, das kann ich dir gleich schon sagen, nichts für dich. Wir sind viele im Grünen, wir haben ein grünes Anwesen dafür organisiert, wo wir draußen arbeiten können, wo ein kleiner Wald sich anschließt, wo wir optimale Bedingungen haben, wo die 170 begleitenden, ganz liebevoll illustrierten Unterlagen für dich da sind, dass du wirklich in diesen drei Wochen intensiv an deinem neuen Ich arbeitest. und das ist eine wichtige Sache, deshalb komme ich hier drauf, dass das Thema Wie finde ich das Leben, was zu mir passt, ist ein lebenslängliches Thema und wir haben, wenn du dir mal deinen Lebenskreis vorstellst, wie eine Torte mit einzelnen Tortenstücken, dann hast du da dein Ich, da hast du Beziehungen, Gesundheit, deine Beruf, Schrägstrich Berufung, die Rahmenbedingungen, die Abenteuer in deinem Leben und und und, das sind ganz, ganz viele Aspekte, die zu so einem Lebenskreis gehören und ganz oft ist einer komplett unterbelichtet, entweder, dass wir mit uns selber nicht klarkommen, dass wir eine Verhaltensweise haben, die einfach unser Leben komplett boykottiert oder dass wir uns nicht trauen, eine einzige Sache in die Welt zu bringen oder einfach Beziehungen nicht so gut rocken können, nicht so gut pflegen können, wie wir uns das wünschen oder einfach es nicht schaffen, unsere Berufung zu leben, weil wir Angst haben und dafür ist einfach diese Sommerakademie dieses eine Tortenstück sich mal raus zu angeln und zu sagen, okay, das gehe ich jetzt an und das ist jetzt auch keine ganz wichtig, es ist keine Arroganz, dass ich jetzt sage, da kann nicht jeder dabei sein, sondern einfach, dass ich gucke, das sind ja drei Wochen, dass es wirklich gut geeignet ist für denjenigen, für diejenige und genau 100%ig passt, weil diese Community und die ist ganz handverlesen, und wir sind wirklich keine Riesengruppe, sondern das ist eine ganz liebevolle, maßgeschneiderte Betreuung und jetzt noch in diesem Nachschwung von Corona auch in einer Gruppengröße, dass wir gut miteinander arbeiten können und entspannt miteinander arbeiten können. Also wenn du da sagst, Mann, ja, das ist genau das, schreib mir und schreib schnell, weil am Freitag, am 26. geht es los, 17 Uhr in Leipzig im Grünen und den ganzen Samstag arbeiten wir dann, naja, die meisten sagen, es ist nicht Arbeit, es wäre wie eine große Abenteuerreise zu sich selbst mit viel Lachen, aber es ist eben auch etwas, wo ich nicht locker lasse, bis du dein Thema gelöst hast. Es ist einfach so, ich bleibe da dran. Sorry, wenn du es ganz nett haben willst, dann ist es nicht das Richtige. Ich möchte wirklich, dass die Sachen gelöst werden, weil wir haben verdammt nochmal nur dieses eine Leben und ich persönlich bin großer Fan vom Schaukelstuhl, aber nicht für ein ganzes Leben. Zweiter Punkt, zweite Möglichkeit, wie viele damit umgehen, ist erklären. Der Erklärbär oder die Erklärbärin. Ja, ich habe nicht dieses Leben, was zu mir passt, aber ich kann jetzt auch genau erklären, warum. Warum? Also, das ist so. Meine Eltern haben das so, mein Vater hat so und meine Mutter hat so und mein Onkel hat so und der Musiklehrer in der zweiten Klasse hat so und der Martin aus der dritten Klasse hat so und die Denise aus der vierten Klasse hat und deshalb habe ich und außerdem ist das genehmigt und es wird erklärt und erklärt und erklärt. Das kann man machen und die Frage ist, hilft es. Weil die einen, die im Schaukelstuhl sitzen und dem Leben zuschauen, das ist die eine Geschichte. Die anderen sitzen am Tisch und erklären dem anderen immer, warum sie nicht loslaufen können. Die kommen aber auch nicht vorwärts. Der im Schaukelstuhl sitzt, hat wenigstens noch einen schönen Ausblick. Aber der immer am Tisch sitzt und dem anderen tausendmal erklärt, warum was nicht geht. Übrigens die Grundlage von vielen Freundschaften, die sich gegenseitig immer erzählen, was in ihrem Leben schiefgegangen ist und warum das alles nicht funktioniert hat, möchte ich dich wirklich fragen, Hand aufs Herz, hilft es dir, dein passendes Leben zu finden? Ja, klar, manchmal ist Druck ablassen wichtig und einfach zu sagen, boah, da habe ich mich drüber geärgert. Und das ist auch richtig. Nur schau mal die Prozentzahl des Erklärens an mit im Vergleich zur Prozentzahl des Lösens. Ich bin da immer ein großer Fan von 80-20. In dem Fall wahrscheinlich sogar von 95-5. Erkläre zu 5 Prozent, warum was nicht geklappt hat und nutze 95 Prozent deiner Zeit, um Lösungen zu generieren und die ins Leben zu bringen. Die meisten erklären 80, 85, 90, 95 Prozent ihrer Zeit, warum etwas nicht in ihrem Leben passt. Und dann haben sie keine Kraft mehr. umzusetzen. Denn 5 Prozent Lösungen ist ein bisschen mau. Es sei denn, wir leben 800 Jahre, da kann es schon auch noch Erfolge geben. Aber in den allermeisten Fällen rate ich dir ab vom Rechtfertigen und Erklären. Es geht im Leben nicht darum, wer Recht hat. Eine meiner wichtigen Lieblingszitate in, wenn ich Konfliktmanagement lehre, ist, entweder hast du Recht oder du hast eine Lösung. Die meisten wollen Recht haben. Das ist okay. Ich gebe ganz schnell immer Recht. Und ich sage, ja, ist so. Wenn du das denkst, ist das so. Weil, warum wollen wir da Energie reingeben, wer Recht hat? Warum? Jeder hat den Blick auf seine Welt. Jeder. Und mir geht es einfach darum, du wirst Energie verschleudern, wenn du dich in eine Rechtfertigungs- und Rechthabe-Diskussion hineinbegibst. Hu, jetzt sehe ich die ersten kritischen Blicke. Spüre sie bis hierhin. Das verstehe ich. Bitte nicht verwechseln mit seine Position klar zu sagen. Aber damit hat es sich dann auch. Weil du wirst, du kannst ganz viel Energie reingeben, den anderen nur ein Zentimeter nach rechts oder links zu verschieben. Ich weiß da, wovon ich rede. Wenn du diese Energie aber nutzt, um dich selbst an den richtigen Platz zu bewegen, dann ist die Energie sehr gut eingesetzt. Weil bei dir hast du die 100% Garantie, dass es den richtigen Adressaten erreicht. Ja, aber der andere hat, und ich weiß genau, dass ich recht habe. Nochmal, entweder hast du recht oder du hast eine Lösung. Genau. Zumindest, wenn du sehr, sehr viel Energie für die Gestaltung deines Lebens haben willst, empfehle ich dir diesen Weg. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen streiten gehen. Das ist in Ordnung. Ja, aber der andere, ich kann dir das beweisen, dass der Unrecht hat. Du weißt du was? Ich glaube dir. Ich glaube es dir sogar, dass der andere komplett im Unrecht ist. Nur, was nützt es dir, wenn du jetzt da in die Diskussion gehst? Wie erfolgreich waren denn in all deine Diskussionen um Recht haben? Vielleicht hast du sogar den anderen bewegt, seine Meinung zu verändern. Aber um welchen Preis? Letztlich kannst du den anderen inspirieren. Und das machst du, indem du sagst, was du denkst. Und damit it's done. Damit bist du fertig. Denn letztlich trägt jeder Mensch für sein Leben die Verantwortung. Und es reicht völlig aus, wenn wir hundertprozentig erstmal die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Und übernimmst du die in jedem einzelnen Bereich deines Lebens. Lass uns mal hinschauen. Das ist nicht so leicht, oder? Weil es gibt wirklich Bereiche, wo man so denkt, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Nein, daran trage ich keine Schuld. Und da haben wir sie wieder, die Schuldfrage, die sich direkt aus dem Erklären und der Rechthaberei ergibt. Wer ist schuld? Mich interessiert das ungefähr wie ein Kropf. Es kann sein, wenn dich jemand beschädigt hat, verletzt hat, auch körperlich verletzt hat, dass man da einfach die Dinge in die Ordnung bringt. Aber das geht nicht damit, indem du den anderen überzeugst, dass er Unrecht hatte, sondern indem du für dich losgehst und deine Sachen klarstellst. Das, da bin ich komplett bei dir. Darüber machen wir auch nochmal eine eigene Folge, wie man wirklich seine Grenzen setzt und aufrecht erhält. Und da kannst du mir jetzt auch ganz viele Fragen oder deine Geschichten dazu schreiben. Und gerne beantworte ich das dann alles in dieser Folge. Aber hier geht es erstmal darum, dass du bitte, wenn dein Leben nicht zu dir passt, nicht zur Erklärbärin und zum Erklärbär wirst. Weil Ausreden bringen uns gar nichts und eine Erklärung ist manchmal nichts anderes als eine Ausrede. Menschen teilen sich am Ende in zwei verschiedene Kategorien. Diejenigen, die Gründe haben und diejenigen, die Lösungen haben. Ich habe die Erfahrung gemacht für mich, wenn ich Lösungen generiere für Probleme, bin ich sofort in einer besseren Energie, als wenn ich Gründe dafür suche, warum was nicht geklappt hat. Und wir sind alle keine Heiligen. Natürlich passiert das mal. Ja, aber da hast du das gemacht und so. Und wenn du dich dabei ertappst, Cut! Stille! Geh einfach aus der Situation, hol dich runter und frag dich, ey, ist das wirklich zielführend? Blöd genug, dass es passiert ist oder dass der andere mich verletzt hat, gebe ich jetzt nicht noch zusätzliche Energie rein. Noch mehr Energie, um ihm zu erklären, was er jetzt falsch gemacht hat. und einfach nur sagen, das läuft nicht für mich, das funktioniert nicht für mich, deshalb gehe ich aus dieser Situation raus. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Die dritte Variante ist verändern. Verändern bedeutet, dass du dir diese Situation schnappst und sagst, dieses Leben passt nicht für mich und ich treffe jetzt die Entscheidung, dieses Leben zu verändern. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß das. Und dieses Commitment, diese Situation erstmal nicht mehr zu akzeptieren, ist dein allererster Schritt. Und da würde ich dir sogar empfehlen, das Schriftliche aufzuschreiben, einfach aufzuschreiben, ich bin nicht mehr bereit, dieses Leben zu akzeptieren. Ausrufezeichen. Mache ich nicht. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Aber welches Leben will ich denn jetzt haben? Und wenn wir zu lange im Schaukelstuhl gesessen haben, kann es sein, wir haben so eine Art Lebensdemenz entwickelt. Lebensfreude, Demenz. Wir haben vergessen, was uns Spaß macht. Wir haben vergessen, welches Leben zu uns passt. Welches Leben willst du dir anziehen? Viele stehen da da und zucken irgendwann die Schultern und sagen, ich weiß es nicht. Denk du doch jetzt mal eine Sekunde drüber nach oder sagen wir mal 30 Sekunden. Achte mal auf deinen Impuls. Welches Leben würdest du auf Fingerschnipsen haben? Ich trinke einen Schluck Kaffee und du denkst mir bitte ganz kurz darüber nach. Fällt dir da was ein? Wie sieht das Leben aus? Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Was siehst du zuerst? Welche Farben sind um dich? Welche Menschen siehst du? Siehst du etwas? Was? Und wenn du jetzt sagst, huiuiui, nee, ehrlicherweise sehe ich jetzt gerade gar nichts außer Nebel. Dann kommt jetzt diese kleine Challenge. Denn wenn du nicht bei der Sommerakademie dabei bist und die läuft bis zum 11. Juli, 26. Juni bis 11. Juli, habe ich für alle, die nicht dabei sein können, habe ich jetzt gedacht, ich mache eine kleine Challenge und habe auch ein kleines Geschenk, weil ich weiß, dass manche so weit weg wohnen, dass sie es einfach nicht schaffen und habe da auch schon traurige E-Mails bekommen und deshalb möchte ich hier so ein kleines Add-on, ein kleines Geschenk einfach hier in diese Podcast-Gemeinschaft auch als kleines Dankeschön für dich, weil du einfach ja zuhörst und diese Inspiration nimmst auch, um dein Leben zu bereichern. Und mein Dankeschön dafür ist folgende Idee. eine Challenge von heute bis zum 11. Juli. Von heute bis zum 11. Juli 2020 bin ich jetzt. Wenn du es später hörst, dann kannst du dir jetzt ja im Kalender irgendeine andere Range bauen von ungefähr drei Wochen. Und ich möchte, dass du einen kleinen Probelauf für dein passendes Leben dir aufschreibst. Nimmst dir ein Blatt Papier und schreibst, Probelauf, du musst es ja nicht leben, dein richtiges, passendes, wundervolles Leben, aber lass doch mal einen Probelauf machen, da kann ja nichts schief gehen. Ein Testlauf. Der Testlauf für das perfekte Leben. Für dein perfektes Leben. Und ein perfektes Leben ist immer unperfekt, weil Vollkommenheit ist langweilig. Also dein perfektes und perfektes Leben. Was darfst du tun? Ich möchte, dass du morgens als erstes dich fragst. Was würde mir heute Freude machen? Aber nicht dich fragst in deinem Kopf, sondern geh mal zurück zu deiner sechsjährigen oder achtjährigen und frag mal dein jüngeres inneres Ich, was es sich heute wünscht, was Freude machen würde. Und wenn sie sagt oder er ich möchte heute zeichnen oder ich möchte Pfützen springen oder ich möchte baden gehen oder was auch immer nimm diesen Wunsch an und als erstes für diesen Tag also das sind deine 30 Minuten Freude, die du dir jeden Morgen schenkst. Wo du dir sagst, okay, das möchte ich in meinem richtigen Leben drin haben, dass du das morgens machst. Wenn du eine Tänzerin sein wolltest als Kind, dann tanze. Wenn du eine Sängerin oder ein Sänger sein wolltest, dann singe. Wenn du ein Handwerker werden wolltest, dann bau, fang morgens an 30 Minuten etwas zu hämmern und zu bauen. Freuen sich auch die Nachbarn. Nein, dann such eine Möglichkeit. Wenn du ein Schriftsteller werden wolltest, dann schreibe. Wenn du ein was auch immer, was auch immer, wenn du ein Feuerwehrmann sein wolltest, dann schau dir morgens ein Video an über Feuerwehr oder ruf bei der Freiwilligen Feuerwehr an und frage, ob du da mal vorbeigehen darfst. Jeden Morgen nur 30 Minuten. Stehe diese 30 Minuten früher auf. Die werden dir in diesen drei Wochen ein riesiges Geschenk gestalten. Also mach dir sozusagen eine Freude für 30 Tage als Testlauf für dein neues Leben. Und wenn du dazu eine Frage hast und das ist mein Geschenk, darfst du mir schreiben bis zum 11. Juli. Und ich werde jede E-Mail innerhalb von 48 Stunden beantworten. Das verspreche ich hiermit. Und werde dir einen Rat geben, kostenfrei. Denn ich weiß, wenn man ein Leben führt, was nicht zu einem passt und man hat eben nicht die Möglichkeit, hier an so einer Veranstaltung teilzunehmen, wo man einfach drei Wochen komplett eintaucht und so eine enorme Veränderung in sein richtiges Leben hineinvollziehen darf, ist diese eine Sache aber schon eine ganz wichtige Hilfe, um da eine Inspiration zu bekommen. Also hab keine Sorge, schreib mir einfach, wenn du sagst, es ist nicht mein richtiges Leben, es fühlt sich an wie ein zu enger Rock, wie eine zu enge Hose, ich bin eingequetscht und ich werde dir einen Lösungsvorschlag auf alle Fälle in deine E-Mail mit reinschreiben, es ist absolut kostenfrei und ich mache das so zeitnah, ich es schaffen kann. So, ich hoffe, dass du dich darüber freust und dass es dir vielleicht für deine Frage ein Stück Druck rausnimmt. Wenn dieses Leben nicht zu dir passt, das war die Frage für den heutigen Podcast-Tag und du kannst dir, das ist dein Leben, egal was du wählst, hast du immer drei Möglichkeiten, ignorieren, erklären oder verändern und verändern ist die Variante, die kurzfristig am unangenehmsten ist, das muss man einfach wissen, die anderen Sachen sind viel angenehmer, kurzfristig ist verändern unangenehm. Ich weiß das, weil ich gerade durch so eine komplette Phase durchlaufe und es ist komplett chaotisch und du denkst dir manchmal, bin ich das einzige Rindvieh, was das jetzt gerade macht, aber es ist am Ende großartig und du wirst in dein stärkeres, größeres, besseres Ich hineinwachsen und ich drücke dir dafür alle Daumen und ich weiß, dass du es schaffst und ich wünsche mir so sehr, dass du für dich einen großen Schritt jetzt gehst, also gib dein Bestes, wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser, trau dich, du zu sein, deine Silke und ein Lächeln bis zum nächsten Mal. . Musik . Musik apro kasum